Eines der häufigsten Probleme, was wir in letzter Zeit gemeldet bekommen von Kunden ist, dass CorelDRAW sehr langsam starten würde und auch arbeiten würde, insbesondere zum Beispiel, wenn Sie auf die Präferenz ist, auf die Einstellung gehen des Programmes. Was sich herausgestellt hatte, war, dass das eigentliche Problem seit macOS 11.3 auftauchte, das erste Mal, und das eigentliche Problem in den Systemeinstellungen von Macintosh selber liegen. Mittlerweile löse ich rund 70 Prozent aller Kundenanfragen bezüglich Macintosh genau wegen dieses Problems. Sie klicken auf das Apfelmenü Systemeinstellung, dann gehen Sie zu Sicherheit und Privat oder Daten, was es heißt im Deutschen. Und in dem letzten Tab Privacy, dort gibt es dann Einstellungen für Screen Recording und für Dateien und Ordner sowie Fulldisk Access, Gemeinde Access. Was wichtig ist, dass man CorelDRAW sowohl in Screen Recording als auch in Dateien und Ordner hat. Man klickt das Unlock-Teil, tippt sein Passwort und ist dann in der Lage, ein Häkchen davor zu setzen und alle Draw-Applikationen sollten dann hier in Screen Recording aufgeführt sein. Das zweite ist die Frage, ob Draw überhaupt auf Dateien und Ordner zugreifen kann. Wir haben eine Reihe von Kunden gehabt, die konnten gar nicht abspeichern und der Grund war, dass die die gleiche Abfrage in Dateien und Ordner überhaupt nicht wahrgenommen hatten, wenn sie Draw oder Fontmanager das erste Mal gestartet hatten. Da kommt nämlich die Anfrage, willst du den Zugriff auf die Dokumente erlauben und die meisten ignorieren das und demzufolge fehlt dann der Zugriff. Es muss der Desktop und der Dokumentenordner angezeigt werden. Was nicht gegeben werden darf, ist Full-Disk-Access. Es gibt wenige, aber es gab Betriebssysteme von Macintosh, wo aus irgendwelchen Gründen CorelDRAW nur hier drin auftauchte. Zu viele Berechtigungen ist auch nicht gut. Man muss genau die richtigen Zugriffsrechte haben. Und hier darf CorelDRAW nicht angehakt sein, sondern es muss hier in Dateien und Ordner angehakt sein. Wenn das beides geschehen ist, ich habe von mehreren Kunden in den letzten Wochen die Rückmeldung bekommen, dass alle Probleme damit gelöst waren. Draw kriegt nicht mehr, Draw startet ganz schnell. Und überhaupt, was Draw gemeinsam mit Windows und mit Macintosh hat, ist, dass der Erststart dauert immer länger. Jeden Tag von neun, aber dann der Zweitstart. Und bei mir war es ebenfalls der Fall, bevor ich diese Einstellung dann entdeckte und umsetzte, dass mein CorelDRAW mindestens drei Minuten brauchte zum Starten. Und seitdem, wenn ich es starte, zum zweiten Mal an dem Tag, das dauert wirklich nur drei Sekunden. Was wir ebenfalls in Macintosh haben, ist natürlich der gesamte Bereich unter Windows genannt Updater. Der ist in Macintosh in diesem, das ist ein anderes Problem, was ebenfalls eskaliert wurde von mir. Der befindet sich hier in diesem Gehe zu Menü, heißt es im Deutschen. Man geht darauf, drückt die Optionstaste, geht hin zur Library oder Bibliothek. Und ich habe hier bereits schon alle unsere entsprechenden Ordner offen, damit ich da jeweils herankomme. Das, was der Application Ordner, der Programmordner in Windows war, ist hier in Macintosh in den Preferences. Der Ordner, der heißt auch im Deutschen so. Und was man hier öfters mal machen kann, ist, dass man einfach diese PLIS-Datei löscht. Und dann hat man Draw, wie es in seinem Ursprung war, auch wieder weiter oben im Application Support. Dort finden wir in Application Support unsere Datenbanken. Das ist die Datenbank von CorelDraw 2019. Das ist die neue Datenbank von 2020 beziehungsweise 2021. Und auch hier sollte man öfters mal diese Cash- und SQL-Datenbank-Dateien löschen. Das liegt auch daran, dass macOS sich natürlich regelmäßig updatet und damit auch etwas mit den Schriften selber macht. Und demzufolge kann man da auch öfters mal, wenn man Schriftenschwierigkeiten hat, da sein Glück versuchen. Ich hatte öfters mal Kunden unter macOS, die konnten auch dann ihre Schriften nicht austauschen zum Text. Und der Grund war, dass die in ihrem System eine beschädigte Schrift installiert hatten. Und diese musste dann also gefunden und entsprechend entfernt werden. Es gibt ja in Macintosh einen ganz einfachen Trick. Man ruft das Fontbook auf. Und im Fontbook selber gibt es unter Datei Systemschriften herstellen wieder und dann tut sich die Macintosh System, der Systemkatalog dann neu updaten. Damit werden auch zum Beispiel bekannte Probleme in Macintosh bereinigt. Aus irgendwelchen Gründen schafft es zum Beispiel Macintosh öfters mal doppelte und dreifache Version von Windows-Schriften zu haben. Und damit kämpfte dann also Fontmanager 2020 ein bisschen, weil es sich nicht entscheiden konnte, welche Schriften jetzt nun eigentlich gemeint waren, wenn es drei verschiedene Versionen hatte da drin. Wenn wir die Plus-Datei in Macintosh löschen, halten wir anschließend die Shift-Taste gedrückt und starten dann Draw 2021. Wir werden gefragt, ob wir das zurücksetzen wollen, den Arbeitsbereich und dann sagen wir ja. Und dann dauert das, wie gesagt, ein klein wenig länger. Aber es geht entschieden schneller, seit die Umstellung in den Systemeinstellungen vorgenommen wurde. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann hat man natürlich dann innerhalb von Draw dann alle Möglichkeiten, damit zu arbeiten. In Macintosh ist es das Gleiche wie in Windows. Auch hier wird der Drucker angesprochen und wenn wir dann eine neue Datei haben und dann etwas ausdrucken wollen, dann wird unter Datei Drucken natürlich als erstes der Standarddrucker eingerichtet. Und das wäre ebenfalls hier dann der Kennendrucker. Es gibt in meinem Falle zum Beispiel ein Problem unter Macintosh, das ich gar nicht als EPS abspeichern kann, exportieren kann. Dann schließt sich mein Draw sofort. Und ich bin mein bester Kunde im Moment unter Macintosh, weil ich nach und nach, wir haben ja 2019 unsere erste Macintosh-Version gehabt. Wir hatten nicht so viele Kunden unter Macintosh damals, um den Anlass zu haben, hineinzugucken. Wir haben aber entschieden, mehr Kunden mit 2020 beziehungsweise 2021. Und ich bin an dem Stadium, wo ich nach und nach die Systemprobleme zusammen mit Corel Draw etwas klarer verstehe. Und was ich verstanden habe bei meinem EPS-Crash-Problem ist, dass mein Betriebssystem hat zum Beispiel PostScript hier installiert, einen PostScript-Drucker. Und der scheint sich EPS exportieren ist ein Druckvorgang letztendlich. Und mein PostScript-Drucker in macOS verträgt sich nicht mit meinem Draw. Das heißt, in dem Augenblick, wo Draw eine PS-Datei ablegen will, kommt das Betriebssystem, funkt mir dazwischen und verbietet Corel Draw dann die EPS-Datei zu erzeugen. Das hat gar nichts mit Corel Draw zu tun, sondern das ist ein Betriebssystem-Problem, wo ich allerdings noch etwas hineinschauen muss. Was wir auch gesehen haben, ist, wenn wir Corel Draw schließen, was wir hier haben, ist folgender Konflikt. Ich tue mal Abbrechen da an der Stelle, einfach um etwas zu zeigen, was man beim Webinar für Windows bereits auch schon sehen konnte. Auch in Macintosh verwenden wir nichts anderes als den Finder. Das heißt, wir betreten in dem Augenblick das macOS-Betriebssystem. Und damit hängen wir natürlich auch von den gesamten Zugriffsrechten davon ab. Und das Abspeichern in den Dokumentenbereich erfordert, wie wir gesehen haben, in den Systemeinstellungen spezielle Rechte. Und wenn ich Corel Draw schließe, dann scheint es offensichtlich hier einen Konflikt zu geben zwischen Abspeichern des Dokumentes und wenn ich beim direkten Schließen, was die meiste Zeit im Fall ist, gefragt werde, was ich denn mit meiner Datei machen möchte. Und ich sage natürlich Delete, löschen. Und dann hat mein Corel Draw ein Problem, sich zu schließen. Es schließt sich gut mittlerweile. Es schließt sich immer, aber es kommt anschließend, wie wir vorhin gesehen hatten, eine Fehlermeldung. Und ich habe einen Verdacht, dass diese Fehlermeldung, die ebenfalls dann reinbezogen ist auf das Betriebssystem. Es ist nicht Draw, was Schwierigkeiten hat zu schließen, sondern es ist das Problem des Systems, anschließend Draw freizugeben, dass es einen Vorgang anfangen und beenden wollte innerhalb des Betriebssystems. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch diesem Geheimnis bald auf die Spur kommen werde und dann noch mehr Kunden helfen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Vorgang anfangen wird.